Was ist das, mein Name ist Helmut Grönigsberger, ich bin der Backsturmleiter beim Herrn Oliver Grösberg und übe meine Tätigkeit schon mehrere Jahre im Betrieb aus. Meine Ausbildung begann in der Gasgeberfachschule, wo ich zuerst das Handwerk des Kochs erlernt habe und mich dann weitergebildet habe, eine Konditorlehre angeschlossen habe und nach einigen Stationen in der Gastronomie hier im Unternehmen gelandet bin. Die Gastronomie ist eine stressige Sache, die Arbeitszeiten sind familienunfreundlich und in der Konditorei findet man ein Arbeitsfeld, das sozial angenehmer und handwerklich interessanter ist als in der Küche. Mein Arbeitsalltag beginnt frühmorgens, wir fangen vor sechs Uhr an, planen den Tag durch, ich teile die Lehrlinge im Unternehmen ein, kümmere mich um Einkauf, Nachschub und Arbeitsorganisation. Das Konditorhandwerk ist sehr faszinierend, weil die Abwechslung so groß ist, nicht nur saisonal, wo wir von Nikolaus über Weihnachten bis zu den Osterhasen jegliche Festivitäten unterstützen. Es bietet auch eine Menge Abwechslung tagsüber in den unterschiedlichen Produktionsschritten. Im Konditorhandwerk, speziell hier im Unternehmen, ist die Abwechslung garantiert, weil wir permanent neue junge Leute ausbilden und das bringt immer frischen Wind, die neuen Gesichter. Es macht sehr viel Freude, auch die Menschen durch ihre Berufsausbildung, durch ihren Weg zu begleiten. In diesem Betrieb wird handwerklich produziert und man kann ganz detailliert auf Kundenwünsche eingehen. Und das ist etwas, das andere nicht zu leisten im Stande sind und da glaube ich, dass unser Konditorhandwerk hier im Unternehmen eine gute Zukunft hat. Untertitelung im Auftrag des Z Tikier